Ich habe Brüste. Ich habe jetzt so viele Brüste hierbei. Ähm, dass ich hier... Ich denke mal, Schießpulver brauche ich noch. Dankeschön. Der bearbeitete Stein bleibt hier. So, das letzte Haus hier erstmal. Auf der einen Seite. Ja, hier ist noch einiges, was ich holen kann. Aber wichtig ist hier erstmal die Forschung. Ihr seht ja selber. Es läppert sich. Okay, dann geht es jetzt hier runter. Mal gucken, ob ich noch etwas anderes finde. Mir fehlen noch knapp 500. Mal gucken. Okay, I. Good. Ja, knapp 500 fehlen mir noch. Aber etwas über 500. Da ist nochmal ein U-Bahn-Tunnel. Nicht, dass ich irgendwo was übersehen habe. Ah, stimmt. War das das Haus gewesen hier? Das Wunderbare in der... Dieses Altbackenhaus. In dieser wunderbaren Gegend hier. In der ich nicht mal begraben sein möchte. So, der hat einen Kopf weniger. Und wir gehen jetzt mal hier runter. Scheint so, dass wir hier schon aufgeräumt haben. Ja, hier haben wir schon aufgeräumt. Die Tür ist undurchdringbar. So. Hier waren wir noch nicht drin. Was mache ich denn hier? Okay. Ist da nur irgendwie so eine Mauer dazwischen? Geht doch. Ich schau mal, vielleicht dreht sich der sich ja nur. Ich warte jetzt mal eine halbe Minute. Wenn da noch was ist, dann gehe ich rüber. Jo. Gibt es hier noch was für mich? Ah, nee. Das wollte ich doch gar nicht. Hm. Okay. Hier gehe ich rein. Und da muss ich mal kurz woanders hin. Gut. Was haben wir denn hier? Nicht besonderes. Okay. Damit ich mich nicht gleich hier wundere, wo ich auch stecke. Ich muss in diese Richtung. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wenn ich jetzt starte, muss ich gleich mal gucken. ... Die sind alle so gleich aus. Wir haben ja alle... ...die Liebe in der gleichen Familie gemacht. Die sind alle so identisch aus, die Menschen hier. So teilweise identisch. die sehen nicht gesund aus so das wollte ich damit sagen Dankeschön aber normalerweise hat der immer so einen ekelhaften Nachhang wenn hier noch welche sind dann war ich drin noch nicht gewesen wow alle mit Headshot nicht schlecht gucke ich mal rein war ich schon hier nee hier war ich noch nicht Juden Katana brauche ich jetzt nicht habe ich schon hier ist noch was oh schau mal so ein kleiner Krabbler wollen wir ihn mal erlösen wir nehmen ihn gleich den ganzen Kopf weg Schichtel halten Juh die drei okay dann wollen wir mal wieder raus haben wir das Ding hier auch erledigt da war die Tür offen und ich war noch nicht hier drin gut kommen wir hier rein in das Gebäude ach das ist wieder so ein verschlossenes ich mag die Gebäude nicht die zu sind die können wir nicht plündern aber seitdem ich hier auf den Straßen rumlaufe und dafür sorge dass hier mal ein bisschen Ordnung ist und dass die Menschen mal ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und sich nicht mehr ihren Wege rumlaufen ich sehe auf jeden Fall mehr Ruhe hier war ich schon gewesen wahrscheinlich dann hier auch jo hier brauche ich erstmal nicht mehr reingehen gucke ich nochmal auf der Map ja weil ich schon wieder da bin wo ich vorher auch war dann war ich bestimmt auch hier schon gewesen denke ich mal nee hier war ich noch nicht gut dann gehe ich mal hoch hier schön sammeln 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 ja genieß die Aussicht das war jetzt dann der letzte ja cool und irgendwann kann ich immer wieder nach Hause aber im Moment gibt es hier diese schönen Touren durch die Stadt diese Touristentouren wo man dann sieht wie manche Leute ja immer den Kopf verlieren wenn ich ihm begegne ist schon traurig so das ist die letzte Etage hier ist nur ein Gewehr das ich schon habe und nicht doppelt brauche gut haben wir doch schon wieder einen Aufgang vergessen okay oder es bohnt sich mal wieder dicht wenn ich jetzt hier lang gehe wo komme ich da lang wenn ich jetzt hier lang gehe wo komme ich da lang dann kann ich hier noch proben bei mir geht ja dann ja dann ich bin Vielen Dank.